Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Parables, die Schwabenprinzessin und der Lebensbaum. Ja, wir gurken hier immer noch weiter rum. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Wie viel brauchen wir den Sprüssling? Das funktioniert leider alles nicht. Ich bin mir nicht sicher, was wir gerade machen müssen. Das hatten wir ja in der letzten Folge auch. Wie immer eigentlich. Aber ich finde, es betont nicht, was wir machen müssen. Hm. Hier ist auch nichts. Ich bin mir nicht sicher, was wir machen müssen. Ich bin mir nicht sicher, was wir machen müssen. Hm. Ich bin aktuell echt überfragt. Ich würde sagen, ich gucke nochmal so ein bisschen rum und dann sehen wir uns gleich. Da bin ich wieder. Man konnte hier eine Fiole einsammeln. Oder hier, genau diese Fiole. Genau hier unten. Oh, der sieht aber schön aus. Und endlich geht es. Vernünftig weiter, hoffe ich. Wir suchen einen Harzsammler. Hört irgendwie an wie so eine Käferart. Aber ich zweifle, dass es sich um einen Käfer handelt. Es ist, keine Ahnung, werden wir gleich sehen, was das ist. And I'll get into. Okay. So. Ah, okay. Äh, brauchen wir jetzt einen Harz-Sammler? Okay. Sorry, this bird helps me speak. I've been expecting you. I saw you in my mouth. You seek to cure the fiery man. This recipe can help you, but I'm missing one ingredient. And I saw my flower clock. It will lead me to it. Vergiss mein nicht ist ein wichtiger Reagenzstoff, der zur Gedächtnisverbesserung verwendet wird. Es bringt vielen allen Erinnerungen zu alten Erinnerungen zurück von Fluffy, der wuscheligen Katze aus den Kindheitstagen bis hin zu den verlorengegangenen Perlenohrringen. Eine Feder ist eine wichtige Zutat für das Erinnerungselixier. Es kürzelt die Erinnerungen wach und bringt längst vergessene Momente zurück. Die Schwanenorchidee ist eine außergewöhnliche Pflanze. Durch ihre Einnahme kann sie bis zu drei wirklich schreckliche Erinnerungen vergessen. Wir haben eine Feder. Wir haben eine Feder. Wir haben eine Feder. sie also eine federne jetzt brauchen wir noch die schwanen orchidee ist eine ausgerüstung wie sieht denn eine schwanen orchidee aus wo finden wir denn jetzt sowas ein ein es es Ich klicke gerade alles pflanzenmäßig. Ich klicke gerade alles pflanzenmäßig an. 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 Ich klicke gerade nochmal, ob ich irgendwas übersehen habe, aber bin mir da nicht so sicher. Hier verbirgt sich auch nichts mehr. Okay, ich gehe nochmal dahin. Wir lesen nochmal. Vergiss mal nicht ist ein wichtiger Reagenzstoff, der zu der Gedächtnisverbesserung verwendet wird. Es bringt vielen alten Erinnerungen zurück. Von Fluffy der wurscheligen Katze und bla 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 bla. Eine Feder ist eine wichtige Zutat für das Erinnerungselixier. Es kitzelt die Erinnerung wach und hängt vergessen im Moment zurück. Die Schwanenorchidee ist eine außergewöhnliche Pflanze. Durch ihre Einnahme kann bis zu drei wirklich schreckliche... Aber ich habe nicht. Aber ich habe nicht. Die Schwanenorchidee ist eine außergewöhnliche Pflanze. Wie machen wir das hier? Das ist hier die Frage. Das ist hier die Frage. Hier scheint auch nichts zu machen. Aber ich würde sagen, wir machen hier einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich gucke in der Zwischenzeit nochmal ein bisschen rum und zeige euch dann in der nächsten Folge die Resultate. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und danke fürs Zuschauen.